Die 20 besten Icon Skins in Fortnite Platz Nummer 20 Mr. Beast Mr. Beast kam damals zu Chapter 4 Season 1 Passend dazu gab es noch ein Mr. Beast Turnier, bei dem der erste Platz 1 Million Dollar gewinnen konnte Platz Nummer 19 Arianda Grande Dieser Skin wird langsam echt selten, sie ist seit über 355 Tagen nicht mehr im Item Shop gewesen Platz Nummer 18 Loser Fruit Dieser Skin kam damals zu Chapter 2 Season 3 Platz Nummer 17 Toonsquad LeBron Passend zum Film Space Jam kam dieser Skin Chapter 2 Season 7 in den Item Shop Platz Nummer 16 Harry Kane Das ist der Fußballspieler, der noch nie einen Titel gewonnen hat, obwohl er immer bei den Top-Teams spielt Platz Nummer 15 Marshal Nevermore Das ist ein zweiter Style von Eminem Dieser Skin kam mit einem Live-Event am 30. November 2023 während der beliebten OG-Season ins Spiel Platz Nummer 14 Kai Blame Er ist durch einen berühmten Move so bekannt geworden Mittlerweile kennt ihn einfach jeder Weißt du welchen Move ich meine? Platz Nummer 13 Ninja Jeder Fortnite-Spieler sollte ihn kennen Er ist einer der besten Spieler der Welt Ich selber kann mich noch an seine damaligen Clips erinnern Einfach OG-Feeling Platz Nummer 12 Ali A Dieser Skin ist deshalb so besonders, da er mehrere Style hat Platz Nummer 11 Jay Bolvin Dieser Skin kam damals zu Chapter 2 Season 7 Ich feiere den Skin persönlich sehr Der dritte Style ist einfach nur geil Nummer 10 The Weeknd Dieser Skin war monatelang im Item Shop Trotzdem feiern ihn viele Nummer 9 Neymar Junior Um den Profi-Fußballer freizuschalten, musste man einige Challenges absolvieren Außerdem hatte der Skin auch einen zweiten Style Nummer 8 Anders im Park Dieser Skin wird langsam echt selten Es sind mittlerweile 517 Tage vergangen, als dieser Skin das letzte Mal im Item Shop war Nummer 7 Chica Nummer 6 Louis Hamilton Ist nicht nur in der Formel 1 einer der beliebtesten Charaktere Nummer 5 Slim Shady Ein absolutes Must-Have für echte Eminem-Fans Nummer 4 Bruno Mars Dieser eigene Skin kam zu Chapter 3 Season 1 und wird langsam echt selten Nämlich ist dieser Skin seit über 517 Tagen nicht mehr im Item Shop gewesen Nummer 3 Marshmallow Mit ihm gab es das erste Live-Event in Fortnite Ich kann mich noch gut daran erinnern Es war so cool, oder? Nummer 2 Bugger Das ist der Fortnite-Weltmeister von 2019 Nummer 1 Travis Scott Jeder will diesen Skin haben, aber er kommt einfach nicht in den Shop Hey, wir sind Travis nicht drin Nummer 1